Airbrush? Mit Gel? Geht das überhaupt? Also, wenn du das erfahren möchtest und neu auf diesem Kanal bist dann, sharen, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen einklicken und dann würde ich sagen, let's do this! Und um das auszuprobieren, habe ich mal ein altes Schätzchen ausgegraben. Und das ist nicht meine Oma, sondern dieser alte, aber noch funktionierende Airbrush Kompressor. Naja, funktionieren nicht mehr ganz so richtig, wie er soll, aber er geht halt noch. Genau, wir probieren heute mal aus, wie man Airbrush mit Gel machen kann und Spoiler Alarm, es funktioniert auf jeden Fall. Nur das richtige Mischungsverhältnis ist natürlich wichtig, wie ihr die Gelfarben verdünnt. Genau. Wie Airbrush funktioniert, habe ich ja schon, ich glaube, vier oder fünf Videos zugemacht. Ich verlinke euch das Ganze hier oben mal. Da ist eine ganze Playlist zu, glaube ich. Und genau. Und wie es weitergeht, erzähle ich euch dann jetzt. Und das Wichtigste, um Gel auf den Nagel zu spritzen, zu sprühen, ist das richtige Mischungsverhältnis. Genau. Für die Farben von The J-Bottle, das ist Gelack, eigentlich ein sehr gut deckender Gelack, habe ich das Mischungsverhältnis eins zu zwei genommen. Das heißt, ein Tropfen Gelack und zwei Tropfen Aceton. Genau. Das könnt ihr dann in der Airbrush-Pistole direkt zusammenmixen und schon lossprühen. Also das ist das, was bei diesen Farben auf jeden Fall super funktioniert. Wenn ihr jetzt Gelfarben habt, das heißt so French-Farben aus dem Tiegel oder so, die sind meist etwas dickviskoser. Da würde ich vielleicht ein Tropfen von Aceton mehr rein tun. Tun tut man nicht rein, machen. Und dann müsste es auch eigentlich funktionieren. Genau. Aber wir legen jetzt einfach mal los mit Airbrush auf den Tipps und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und dann fangen wir jetzt erstmal an, unsere Farbe zu mischen. Wie gesagt, das Mischungsverhältnis ist eins zu zwei. Das bedeutet ein Tropfen Farbe und zwei Tropfen Aceton. Aceton sollte eigentlich jeder Nageldesigner in seinem Lädchen haben. Das bedeutet hier rein rechnerisch, ich nehme fünf Tropfen weiß, beziehungsweise Diva ist das hier in diesem Fall. Das ist ein sehr gut deckendes Weiß und zehn Tropfen Aceton. Das Ganze mische ich auch direkt im Behälter von der Airbrush Pistole. Das sieht natürlich von Airbrush Pistole zu Airbrush Pistole etwas anders aus. Wie in diesem Fall habe ich hier ein offenes System. Das heißt, einfach nur reintropfen und dann das Aceton rein und dann nur noch mit dem Pinsel vermischen. Ich habe mir hier so eine Pimpette aus der Apotheke besorgt. Die kriegt ihr natürlich auch woanders im Internet und so, aber das war für mich der schnellste Weg. Und diese gibt es auch mit Flasche direkt dazu. Das heißt, ihr könntet das Aceton in die Flasche füllen und seid immer ready to go. Da war ich jetzt nicht so schlau, denn ich habe mir nur die Pimpette besorgt. Ist das dann alles in der Airbrush Pistole, braucht ihr das nur noch vermischen. Nehmt dafür auf jeden Fall einen sauberen Pinsel, denn jedes Staubkörnchen, was da in der Pistole landet, bricht euch das Genick. Als nächstes habe ich mir dann hier so ein Stück Pappe besorgt und dann schon mal einen Sprühtest gemacht. So ungefähr sollte das dann auch ungefähr aussehen, wenn ihr dann sprüht. Auf jeden Fall ein dunkles Blatt Papier nehmen, wenn ihr heile Farben sprüht, dann seht ihr es besser. Und so sollte es nicht aussehen, wenn ihr sprüht. Das heißt, wenn ihr zu lange auf eine Stelle drauf haltet, dann entsteht so ein Tropfen und das wollen wir natürlich nicht. Habt ihr das dann ausgetestet, könnt ihr auch schon direkt am Nagel loslegen. Das heißt, mit einem Abstand von ungefähr drei bis vier Zentimetern solltet ihr auf den Nagel dann drauf sprühen. Meine Pistole ist hier ein bisschen kaputt. Wenn ihr Luftblasen oben aus der Pistole rauskommen seht, dann bedeutet das, dass irgendwo ein kleines Staubkörnchen drin sitzt, was den Luftweg etwas verstopft. Habt ihr das dann gemacht, härtet ihr das für 30 Sekunden aus. Brauchen wir nicht ganz so lange aushärten, weil wir haben ja nur eine hauchdünne Schicht aufgesprüht. Das heißt, 30 Sekunden reichen hier vollkommen aus und dann kommt auch schon die nächste Schicht an Farbe auf den Nagel drauf. Diese zweite Schicht solltet ihr weiter oben an der Nagelspitze aufbringen, damit ihr dort ein etwas deckenderes Ergebnis habt. Und schon ist eigentlich euer Babyboomer fertig, aber ich möchte hier noch ein paar mehr Farben drauf sprühen. Das heißt, es geht gleich noch weiter. Also nehme ich mir hier die nächste Farbe, das ist in diesem Fall die Farbe Flame, auch eine sehr gut deckende Farbe. So semi-transparente Farben solltet ihr zum Airbrush nicht unbedingt nehmen, denn die decken dann halt auch nicht so geil, wenn ihr das dann auch noch verdünnt. Also auch hier Mischungsverhältnis 1 zu 2 und dann schön durchrühren. Ich habe mich hier entschlossen, einfach mal so ein Streifen in der Mitte aufzusprühen und das Ganze dann später noch mit einer anderen Farbe zu prüfen. Warum habe ich jetzt Weiß vorher drauf gemacht? Ganz einfach, weil bei solchen sehr bunten Farben ist es immer besser, wenn man vorher einen Weißton drauf sprüht, denn dann kommt die Farbe sehr viel besser zur Geltung. Nachdem es 30 Sekunden ausgehärtet wurde, sprühe ich noch einmal drauf, damit die Farbe noch ein bisschen kräftiger wird. Da ich hier nur zwei Pistolen habe, muss ich natürlich eine zwischendurch sauber machen und das ist in diesem Fall die Weiße. Hier gibt es ganz komfortabel solche Sprühbehälter, da haltet ihr die Pistole rein und sprüht sie einfach leer, dann müsst ihr euch euren Mülleimer nicht mit einsauen. Gereinigt wird das Ganze mit Aceton und einem Pinsel und einfach nochmal ausgesprüht. Und dann kann ich auch schon die nächste Farbe einfüllen, das ist hier in diesem Fall die Farbe Princess. Alles ist unten nochmal in der Videobeschreibung, verlinkt alle Produkte und ich packe da euch auch nochmal ein Sprühsystem rein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen und vielleicht sogar bestellen, wenn ihr Bock drauf habt. Auch hier, damit die Farben etwas kräftiger zur Geltung kommen, sprüht die Farbe auch zweimal drauf und härtelt es dann jeweils 30 Sekunden aus. Und die goldene Weisheit bei Nageldesignern mit Glitzer ist alles schöner, also kommt auch noch ein bisschen Glitzer raus und ich verteile das Ganze mit einem Ombre Pinsel. Versiegelt werden muss der Nagel natürlich auch, dafür nehme ich hier den Extreme Shine. Da wir wirklich dünne Schichten aufgesprüht haben, ist das gar kein Problem, wir haben keine Hubel oder irgendwelche Dinge, die uns da stören könnten. Einfach eine dünne Versiegelung drauf und schon ist euer Airbrush Kunstwerk fertig. Hier zeige ich euch nochmal schnell eine zweite Variante, einfach links, rechts zwei verschiedene Farben, einmal rot und einmal auf der anderen Seite schwarz. Fangt am besten immer mit der hellsten Farbe an, denn ihr kennt es vielleicht vom Renovieren zu Hause, dunkle Farben mit hellen Farben überstreichen funktioniert nicht so gut. Deswegen fangt immer mit der hellen Farbe an und sprüht dann eventuell etwas Dunkles drüber, falls euer Design braucht. Aber dann auch nochmal eine kurze Randnotiz, warum sprühen wir eigentlich mit Gel und nicht mit normaler Airbrush Farbe? Normale Airbrush Farbe ist wasserlöslich und da gibt es natürlich Probleme, wenn ihr irgendwo gegenstößt oder die Versiegelung abplatzt und da irgendwelches Wasser reinkommt oder Reinigungsmittel, dann platzt euch das Ganze natürlich sehr sehr schnell ab. Und das umgehen wir, indem wir direkt Gel benutzen, denn das härtet unter UV-Licht aus und ihr habt dann keine Probleme mit abplatzenden Farben. Also ihr seht, es ist eine extrem schnelle Möglichkeit zum Beispiel einen Babyboomer auf den Nagel zu bringen oder Farbverläufe oder was auch immer ihr kreativ damit anstellen wollt. Zum Beispiel mit einem Glasnagel und da noch ein bisschen was drauf sprühen, mega geil, also probiert es gerne mal aus. Zum Babyboomer habe ich auch schon mal ein Video auf dem YouTube-Kanal von TheJayBottle gemacht, ich verlinke es euch mal hier. Schaut da gerne auch nochmal vorbei. Ansonsten Shell teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und wie gesagt bis zum nächsten Mal, euer Chris. Billion. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.